hallo zusammen ich habe eine box bekommen und dazu noch ein video und wir schauen zuerst mal das video also man sieht die box von meinem kumpel läuft auf meinem stromnetz und jetzt stecken wir um mit dem identischen kabel an meine box und sie sehen es kann also nicht an der stromzufuhr liegen es liegt eindeutig an der box deswegen sende ich ihnen die box zurück und dann schicken sie mir bitte eine neue und dann kriegen wir das und dann hoffen wir dass das dann passt alles klar hier und in diesem video gibt es eine aussage das ist die gleiche box wie von meinem kumpel das stimmt nicht diese box vom kumpel ist etwa zwei jahre alt und hatten kältemittel 134 adren und hatten gewp der zu hoch ist und heute mit den neuen kältemittel bla bla und so weiter müssen wir hier umstellen haben wir gemacht aus diesem grund hat die box aber einen anderen kompressor drin wenn ihr auf dem video zurückgeht seht ihr dass hier bei dieser box diese steuerung drin ist also heißt diese kühlrippen bei dieser kühlbox vom kollegen ist diese steuerung drin und da sieht man nicht auf dem video den vergleich da schauen wir hier an diese box hier hat er 290 drin 26 gramm und bd 80 cl kompressor und die andere box vom kollegen die hat den bd 35 der ist halb so stark und wenn ich hier auf emergency stelle läuft die box durch und hier habe ich eine temperatur von minus 30 grad und hier nur minus 28 ich habe aufgemacht ja ist auch okay diese box von kollegen bringt diese temperaturen nicht weil wir jetzt hier einen stärkeren kompressor haben haben wir den höheren stromaufnahme und durch das den höheren spannungsabfall im video habe ich hingezoomt das könnt ihr euch angucken da blinkt diese lampe ero einmal wenn man die betriebsanleitung liest steht da unterspannung das heißt wir haben zu wenig stromspannung von der batterie das heißt wir haben eine schlechte stromversorgung und das könnte man ja messen ob die stromversorgung gut ist oder schlecht ist weil die boxen haben unterspannungsschutz und die schalten ab und eine box die den höheren oder den größeren kompressor hat den höheren stromaufnahme die schaltet natürlich eher ab als eine box die in halb so starken kompressor hat bei der gleichen elektrischen installation die box läuft auf 230 volt übernetzt ab dass sie läuft auch zwischendrin das ist kein thema aber sie schaltet früher ab weil sie eine schlechte stromversorgung jetzt wie kann ich die stromversorgung checken ich habe also hier eine batterie box dass eine batterie drin ich habe zigarettenanzünder das kabel läuft hier ich sage immer den zigarettenanzünder wegschneiden und direkt anschließen da haben wir das problem vom zigarettenanzünder nicht und wenn ich jetzt hier das display anschauen und ich drücke diese zwei tasten miteinander dann kommt so ein komischer wert namens 50 und ich muss dann ein bisschen schneller reagieren also ich mache es jetzt schnell hier die zwei miteinander drücken dann kommt 50 und hier zweimal und da steht hier 12,55 volt schalte ich die box hier auf normalbetrieb dann geht der kompressor aus und ich drücke wieder und dann habe ich 12,99 also fast 13 also was fast 13 volt das ist hier die batterie spannung und wenn die box läuft fällt die spannung zusammen auf 12,55 also habe ich 0,45 volt spannungs abfall ich sage immer alles was unter dem halben volt ist also unter 0,5 ist okay das ist okay aber wahrscheinlich habe ich da ein spannungs abfall in dieser installation von über einem volt sogar 1,5 volt also der kollege mit der box der soll man messen oder der mit der box der soll man messen was hat der für entspannungs abfall wenn die box läuft und wenn die box steht ihr habt das video am anfang gesehen schreibt mir unten in die kommentare was ich jetzt machen soll ich stehe im bösen ratlos da die box läuft aber die elektroinstallation ist habe ich jetzt vergessen aber und diese box hat den doppelt so starken kompressor drin welche box macht schon minus 29 grad hat ihr eine kühlbox die minus 29 grad macht schreibt mir unten in die kommentare und ich wünsche euch einen schönen tag